Schön, dass du wieder eingescheinert hast zu einem neuen Wochenjob. Und kurz vor Weihnachten haut Minecraft wieder einige Pakete raus. Ja, dann schnacken wir nicht lange und gucken uns gleich einmal den Shop an. Wie immer auf der Hauptseite eine kleine Animation, mal wieder was Neues, wenn man rauf und runter geht, ne Tag und Nacht. Gleich oben im Shop springt uns schon etwas Kostenloses ins Auge. Eine komplette Welt schenken sie uns hier zu Weihnachten. Und das ist nicht nur einfach so eine Dekowelt. Nein, hier gibt es auch Tierchen, so ein Mittelalter-Fantasy-mäßig, was sie uns schenken. Und ich denke mir so, ja, für umsonst? Da würde ich jetzt nicht meckern, besonders wir haben auch Skins dabei. Gut, die Skins sind jetzt nicht so mein Geschmack, aber da will ich jetzt auch nicht mal heute so meckern. Da klicken wir dann einfach hier oben auf kostenlos rauf, ne, Kauf bestätigen, runterladen und, wenn ihr wollt, auch spielen. Es geht aber natürlich noch weiter. Wir haben noch etwas kostenlos die Woche erhalten. Und zwar, ihr wisst ja, die Bienen sind da. Und für die Bienen gibt es auch nochmal so eine Erkundungswelt, um das Ganze ein bisschen doch zu verstehen, wie das mit den Bienen so funktioniert. Von daher auch nochmal eine kostenlose Map zum Spielen ausprobieren, wie das halt so mit den Bienen und Blümchen so klappt. Na, also von daher auch nochmal hier auf kostenlos und dann runterladen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch spielen. Das waren auch erstmal die ganzen kostenlose Pakete. Jetzt gibt es noch was für die Schnäppchenjäger. Und zwar jetzt hier zur Weihnachtszeit. Und jetzt zum Schlussverkauf hier kurz vorm neuen Jahr. Ja, droppen sie uns hier wieder die ganzen Pakete für 33% halt wieder ins Auge. Und wenn da einer sagt, so hey, die und die Map hätte ich gerne, dieses Skin-Paket hätte ich gerne oder diese Textur hätte ich gerne. Aber war mir immer zu teuer. Jetzt mal zuschlagen, mal ein bisschen reinduschern. Da wird bestimmt für den einen oder anderen wie immer was dabei sein. Ich gucke auch noch. Aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen so bis zum Neujahr. Denn ich vermute mal zu Silvester gibt es bestimmt auch nochmal Rabatte. Aber wir schauen einfach. So, denn natürlich wie standardmäßig gucken wir mal, was denn jetzt hier wieder für die Woche neuen Paketen sind. Ich würde aber sagen, bedient euch erstmal den kostenlosen Sachen. Wir brauchen jetzt hier unbedingt, was dabei ist. Ah, egal. So, Pakete sind nicht so wichtig von der Woche, was da jetzt so reingegangen ist. Andernfalls natürlich wieder unsere Skin-Pakete. Und falls einer von euch noch keine Weihnachts-Skins hat, mal reinluschern. Es sind, würde ich mal sagen, doch schon so ein, zwei Pakete dabei, wo ich sagen kann, wenn man noch keinen, also wirklich noch keinen Weihnachts-Skin hat, dann kann man sich hier ruhig eins holen. Nur das reicht dann auch für die ganzen Jahre. Andernfalls müsst ihr mal gucken. Es gibt auch tolle Meshup-Pakete von Minecraft an sich. Also die sind offiziell von Minecraft. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein anderes Unternehmen, was die entworfen hat. Da habe ich mich selber auch damals bedient. Naja, ansonsten, das war der Shop. Wie gesagt, bedient euch, holt euch die kostenlosen Sachen wenigstens. Schaut mal auch die nächsten Tage. Denn Minecraft ist ja so, ab und an, da kommt noch was im Shop. Ne, mal schauen. Zu Heiligabend definitiv nochmal einloggen. Minecraft hat uns bis dahin, jetzt würde man sagen, in den letzten zwei Jahren immer mal wieder was geschenkt im Shop. Von daher, Augen offen halten und runterladen, was geht. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen schönen vierten Advent und natürlich eine schöne Bescherung. Von daher sage ich dir nur eins zu dir und zwar ganz einfach. Tschüss. 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 Tschüss.